So, herzlich willkommen hier zurück, Mitarbeiter von Gamer. Oh shit, kippsäch. Oh shit. Schon früh, was los? Ich schicke meinen Haberer. Ich hab auch einen. Wir holen ihn aus, ey. Oh. Na, weil da hinten sind eh noch welche. Hast du mich schon ausgerkannt, oder? Ja. Nein, hab ich noch nicht. Entschuldigung. Hinter uns. Oh. Nämlich wirklich hinter uns. Oh. Genau, hab ich dazu. Dann ist automatisch kält. Oh, der Schott. Oder irgendwie stark ist, zumindest. So, kannst gleich... Ah, da vorne. Seh ich nicht. Was kann ich gleich? Schick's nochmal los. Schick's los. Deine Drohne, wenn's taust wieder. Also deinen Dings. Oh. Oh, das ist zu weit entfernt. Oh, der wird sich der zurück. Ich komme wieder! Oh shit! Oh man, was hab ich denn mit den Kranaten jetzt von mir? Hilfe bei mir, bei mir, bei mir! Danke. Bitte. Sorry, das hab ich nicht gesehen. Kein Problem, hab ich dir gesagt. Sehr schön. Passt. Klasse Agent. Ich werde Ihre Hilfe nicht vergessen. Kann man jetzt zum nächsten Warte gehen? Oha. Zum blauen. Genau. Oder zum... Oh, zum blauen. Okay. So näher. Ein Blut da 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 da. Das ist das Ding für mich das Ding. Echt so. Das ist das Ding. Das sehr schön. gut ich zuerst aber das ist eine schlechte deckung Eier Du hast los, du hast los, dritten Oh Ich hab noch ein bisschen gewartet Bis dein Brand aus ist Ahja, das war dumm, sorry Warte, nur Ich glaub sonst ist das sehr effektiv also wenn der erste Brand weg ist dann gleich das zweite Ja So, da hab ich jetzt überhaupt kein Ziel. Oh shit! Sieh, 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 sieh! Oh, ich werd heute nicht sterben! Pölzen, pölzen, pölzen! Wenn's das Brandchicken los? Oh! Schießt auf mich? Oh, der rennt weg! Oh, er brennt! Sehr gut! Shot down in flames, kann ich dir nur sagen! ACT sie lässt grüßen! Das war schon! Erst, das war alles! Oh, der hat nicht mehr Waffe fallen lassen, oder so! Ich will es nicht beschwören, aber ich glaube, wir holen uns die Stadt zurück! Na gut, dann ab zum Orangenen! Störung des Verfahrens! Kamera durch! Kamera durch! Kamera... Nicht durch! Die Schrotflinte, weißt du, ist das Problem! Ich bin sehr befreundet mit dieser Schrotflinte, weil, wirklich, wenn der Gegner vor dir steht, 19er Gegner, ein Schuss, bumm, weg! Aber desto weiter er weg ist, desto weniger Schaden macht es! Das ist klar! Das ist halt nur für Notfall! Da wär's vielleicht gescheiter, wenn du so eine kleine abgesägte hast, statt eine Pistole! Das gibt's nämlich! Ja, aber... Die machen nicht so viel Schaden! Alter, wo sind die? Da hinten! Die werden da sogar markiert, diesmal! Ganz hinten, Alter! Hä 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 hä! Hä 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 hä! Bitte komm bei mir raus! Was? Oh! 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 Du bist safe, Halbix? Ja, sie sind kurz vor mir rausgekommen! links von dir haben wenn es läuft dann läuft ja jetzt läuft es wieder leute ich würde sagen jetzt sind wir bereit oder jetzt sind wir bereit für den ansatz ja jetzt was uns auch gefällt ja glaube ich dieses zusammenreden ja wo sind die gegner zur base zurück und auf munitionieren oder einfach hin naja ich spaw mich dorthin zur base munition auf dann passt das ist das zweite ein bisschen nachteil dass ich mehr mit dem sturmgewehr natürlich schieße als mit der schrottfilter aber ich habe mir notfalls eben waffen mitgenommen die waffenkiste sie schon braucht kriegst du doch andere waffen oder waffenkiste oder nur mal option was man jetzt aber diese bild ist aber bei diesem mod kriegst du nur munition oder nur noch andere waffen ok ja aber ich war noch was ja gleich immer welche was wussten dann gehen wir doch im park oder im park sind sie im park sind sie im park da habe ich jetzt ur viele rote anzeigen gesehen hinten genau du rennst auf sie zu gehen wir außen herum diesmal aber die müssen wir sowieso machen wenn wir dort den nebenansatz haben oder dann haben wir gar nicht da in dem ansatz dann haben wir gar nicht da gehen wir aber da passiert links vorbei schleichen oder haben wir haben uns die nicht eingekreist im park dann nach so weit weg oh shit die links haben uns gesehen die müssen wir machen weil sonst haben wir es am knack wenn ich dass uns die ein kreisen hast du vielleicht auch schon die brandgranate lostreten wenn ich dann mach das weiter hinten sind nämlich noch welche links kommt er ja so da versteckt sich einer wo haben wir was hast du jetzt geschossen so effektiv ok die sind noch nicht aufgescheucht die anderen so gut da sind gleich gegner ich habe eine links eine rechts hoffentlich kommen wir wirklich nicht ich habe gleich meinen hilfsposten da sind nicht die sind schon wieder aber drohe das gibt es ja nicht da müssen wir noch weiter ja ja aber die machen oder weil ja die stellen uns sicher hoffentlich schaue ich mal schaue ich mal die nicht dann neben uns auch dort granate rechts auf der mauer habe ich ja den hast sehr schön so war es das jetzt so ich glaube ich habe ich habe den blauen gegenstand liegen lassen ich komme gleich aktives echosignal geordnet grüß dich habe es vergessen da stiefeln ok na ist wurscht besser ist nichts hast du das schon ausgelöst hast du die brand kanate ich würde sagen du musst nur im notfall verwenden wenn wir eingekreist werden doch das liegt nur da irgendwo das ist so effektiv wenn du die auch jetzt dann los trittst haben wir es quasi im fernkampf erledigt hast du noch hast du auch noch eine ich habe meine schon ok so das kommt jetzt hinter uns das problem war dass ich auch nie bei dir dann war oh hängen blieben scheiße ich mache den rechten ich trete mal los meine mine ich habe mich mal darauf in sich aber da geht auf ist noch also ich muss sagen das war jetzt sehr nice für das dass wir so umeinander geschießen haben das letzte mal ja wenn wir schon dabei sind 48 meter die nächste mission gleich geht sich locker aus glaube ich noch sicher ich folge denen ich habe es jetzt nicht markiert da haben wir noch eine mission wir müssen sie sichern nein ich glaube das ist schon im nächsten gebiet aber das gleich daneben drum habe ich mir gedacht weil die große geht sich nicht mehr aus na gut ähm oh shit den habe ich nicht gesehen ja ok machen wir den kampf noch mit oh shit rechts geht um gegner ähm muss da rüber entschuldige danke oh die kommen von links rechts ist das ur viele zurück 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 gut ich nehme meine mine ja ich habe meine schon rauskommt weil ich stehen kopf ab gut ich versuche links die gegner von uns auf ist das schon der einsatz oder ist das patrouille das ist schon einsatz auch auch ja wir müssen die per helter holen ah oh soll ich schau die mine wieder raus ja passt ich muss nur den koffer oh danke weiter was ist fahr hin zu weit weg vielleicht ah jetzt das kannst du deine raushauen wenn du willst auf einen gegner hau ich nicht raus das sind eh zwei glaube ich gell ja so ich gehe nochmal auf ganz easy chillig zurück ich nicht bei mir stehen genau die gegner aber sie sehen mich nicht oh mein Gott oh keine zehn meter nehme ich den gegner reden miteinander ich nehme den koffer und gehe einfach ganz noch chill ruhig ich habe einen begleiter mit entschleppter notfalls aber ich denke nicht dass der koffer zuschweißen kann damit man noch nicht rennen kann aber ok naja haben es spannender gemacht ja wo ist jetzt kommen die noch mal das sind die die über mir waren aber da bringe mich nicht weg ah stufe 24 ich hause raus ja schön oh oh ich habe fast keine energie mehr oh wir werden es jetzt anders lösen oh ich habe noch scheiße danke sehr schön so leute das haben wir gemacht wir sehen uns beim nächsten mal bis dann hat rein macht's gut und ciao ja ich würde sagen dann steht der Haupteinsatz an wenn mich nicht alles täuscht tschüss haut rein ciao